Noch einer? Ich kenn Bock mich von den Viechern hier einkresseln zu lassen. Ist nicht schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht will. Na gut, war es nicht. Hau so ab, Jun. Boah, hab ich mich erschrocken. Das ist doch nicht wahr. Okay, hier gibt es einen Arsch voll Munition. Und wir gehen nach oben. Das ist bestimmt total schlau. Ach du dicke Scheiße. Das waren ziemlich fetter Klumpen. Den kann ich einmal mit meiner Schrubwinde kitzeln. Der freut sich bestimmt. Ich finde das bestimmt lustig. Zum Tod lachen. Hier bitte. Ich höre dich von allen Seiten. Das ist ganz toll. Ich freue mich. Hier. 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 Was krass. Hier. Was krass. Hier. 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 Der Kollege hinten ist recht sauber wie mir scheint und der kommt hierher. Wird ich mich verarschen? Alter, ich habe nichts gegen den. Also ich habe keine effektiven Waffen gegen den, willst du mich verarschen? Wie soll ich den alle machen? Waffenupgrade? Was? Achso. Entschuldigung. Falsch. Äh. Apropos Waffenupgrade, ist das automatisch. Upgrade. Ja. Und scheit. Ähm. Wo ist jetzt? Da. So. 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 Der wird bestimmt sich richtig freuen. Kann ich nicht. Nein. Kann ich nicht. Überraschung. Dadurch. So. Überraschung. Das ist ein Schuss. Überraschung. 4入aten. Was ist der tot? Das ist ungefallen. Da kommt noch einer. nicht anfassen noch einer noch zwei habe ich weitergehen ich habe gerade euren oberguru besiegt drum lasse man mich in ruhe bitte ich bin mir nicht mehr sicher ob ich überhaupt schon hier sein sollte und wie bezweifle ich das aber hey wir haben den großen mobs besiegt erstmal da sind wir schon kranken uns ist noch ein ganz großer mobs ist ja großartig ich speichere mal ne ich habe angst und ich will nicht weitergehen ich bin ziemlich sicher dass ich hier nicht sein soll ich will hier nicht sein trallala hilfe mami ah w es 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 Oh, 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 oh. Oh, so up. Alter. Seid ihr alle behindert? Soldat. Bring sowas, aua. Hau ab. Geh weg. Böser Mutant. Ganz böser Mutant. Schönes Bild. Toll. Das Schöne ist ja, ich muss ja nicht nur rein, ich muss ja auch wieder raus. Ist das dein Ernst? Ich habe noch genau zwei Scharfschutz-Munition. Die Waffe wird mir definitiv nicht noch mal das Leben retten. So, scheiß Krankenhaus denn? Ich sehe es, da hinten. Juhu. Ich bin fast da und fast hund. Hau zu wohl ab jetzt. Wie viel Scheiß-Munition soll ich denn noch nie noch verblasen, ey? Ist doch nicht dein Ernst. Unser Stofflappen. Und Bücher. Die ich nicht mal lesen kann. Mutanten für Feinschmecker. Ihhh. Mhm. Wie sie Menschen, ihr Gegner, ehrlich gesagt, etwas lieber. Mhm. Gucken wir jetzt mal hier weiter. Mhm. Da will ich nicht hin. Weiß ich jetzt schon. Deswegen gehe ich hier weiter. Und hier komme ich nicht weiter. Toll. Also muss ich da hin, wo ich nicht hin will. Ja. Ich glaube, ich mag das Spiel nicht. Ich würde gerne aufhören. Jetzt. Ja. Hier sieht ziemlich sehr nach Kampfplatz aus. Und zwar nicht zu knapp. Ich will nicht. Ich speichere nochmal. Panikangst. Panische Angst. So. Schrufen ist nachgeladen. Jetzt. Ja. Mhm. Mhm. Ähm. 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 Auch nö. 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 wir so einer hier kommt du auch noch lustig lustig trallala eingeweiht mit pistolen munition mit stofflappen hier wäre ich auch raus gekommen da hätte ich auch keinen bock drauf ich habe fast noch gut noch die kleinen bücher wo weiß man das kranken muss müsste dahin bitte Wofür dieses Kabel hin? Ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht betätigen will. Ihhh, was ist da unten los, ich habe übrigens viel lustiger, weil man hier auch eine Munition für den Müll, was man nicht tut. Ach du aß, das ist eine Trauer. Ah, das ist eine Trauer. Ah, das ist eine Trauer. Ah, das ist eine Trauer. gewechselt Ja bitte? Ihhh. Ach die denn solche Geräusche? Ach du Scheiße. Gipsstocker, ist hier nix. Hau sie ab. Ach, den kann ich lupen. Der Stofflacken dabei. Toll, jetzt bin ich auch noch nicht da, wo ich hinwollte. Zentrum der Tobenstadt. Ja, toll. Ich will nicht. Okay, ich mag keinen Mutanten. Ich bin da vielleicht rassistisch, aber ich mag keinen Mutanten. Könnte daran liegen, dass sie mein Gesicht fressen wollen. Aber ich mag keinen Mutanten. Und ich höre meine Frau nicht, die da wieder unqualifizierte Kommentar aus dem Hintergrund rein plappert. Und breche ich erst mal die Tür auf. Ah ja, lecker. Pinkies. Hier würde ich wirklich hart überfallen werden. Das Ding macht hier auf. Dann geht das wieder nicht. Und hier komme ich nicht durch. Ach, guck mal hier. 50% Rabatt auf Ridge 2 und Doom 5. Interessant. Blick in die Zukunft. Ridge 2 ist hier in der Mache. Ach, den kann ich gar nicht. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann machen wir mal den. Und noch einen von diesen RC-Bobon. Und dann jagen wir mal Dinge in die Luft hier, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal. keine mit. Ich will nicht, aber ich muss. Natürlich. Die weg. Nur der eine. Und warum dies bohnt der zweimal? Ach, ich hab's geharrt. Oh, nicht schon hier so einer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, Junge? Keine Mut mehr. Aber... Büßer Spooky. 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 Nein, 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 nein. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich weiß es nicht. Ich bin nix. Natürlich, vielleicht zwei von denen. Warum auch nicht. Ich bin tot. Und... Tschüss. bei... Wo macht mich? Es ist... ... ... ... Haben wir es jetzt? Boah, Gott, sind die nervig. Hickelhaft. Aua. Boah. Wie weit ist denn das noch? Wieso habe ich mich da auch eingelassen? Ich meine, das ist Hauptstory, ne? Ich habe gar keine Wahl. Toll. Wo war es denn hier? Krankenhaus. Krankenhaus. Quasi da. Da speichere ich gerade nochmal. Alter, und draußen kriegt er die Welt und er sieht aus, sobald es brennt. Krass. Das sieht schon wieder so nach Bosskampf aus. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Hier kommen wir nicht rein. Na toll. Ich bin doch schon da. Lass mich doch einfach rein. Natürlich, wäre auch hier zu einfach gewesen. Oh. die treppe